Du musst nicht von allen gemocht werden. Ichiro Kishimi and Fumitake Koga Vom Mut, sich nicht zu verbiegen. Die unbequeme und dennoch befreiende Erkenntnis, dass du allein für dein Glück verantwortlich bist, ist eine Herausforderung. Bist du glücklich? Falls nicht, was hindert dich daran? Sind es deine Selbstzweifel und Unvollkommenheiten? Negative Denk- und Verhaltensmuster, die aus vergangenen Verletzungen herrühren? Oder vielleicht die ständigen Erwartungen anderer Menschen? Aber was wäre, wenn diese nicht die wahren Hindernisse wären? Was, wenn du dir selbst im Weg stehst? Diese Zusammenfassung der Lehren des österreichischen Psychologen Alfred Adler zeigt auf, dass du möglicherweise dein größter Feind bist und es Zeit ist, diese Blockaden zu überwinden, um wahres Glück zu finden. Es wird eine erfrischende Perspektive präsentiert, die besagt, dass unsere frühkindlichen Erfahrungen uns nicht für immer festhalten müssen. Du bist nicht deine Vergangenheit. Du bist nicht auf eine pessimistische oder optimistische Sichtweise festgelegt. Du hast lediglich zugelassen, dass äußere Einflüsse dich steuern. Wenn du den Mut hast, dich von diesen Erwartungen und Mustern zu befreien, kannst du ein Leben führen, das von Freiheit und Selbstbestimmung geprägt ist. In diesen Zusammenfassungen erfährst du auch Warum es manchmal besser ist, Müll zu entsorgen als Herzen zu operieren Warum es wichtig ist, cool zu bleiben, wenn dein Kind schlechte Noten mit nach Hause bringt und Wie das Desinteresse anderer Menschen deine Freiheit beeinflusst Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen Stell dir einen sensiblen und intelligenten jungen Menschen vor, der seine Möglichkeiten nicht nutzt, weil er aus Angst vor der Welt in seinem Zimmer verweilt Was denkst du, was könnte mit ihm los sein? Die meisten Menschen würden die Schuld in seiner Vergangenheit suchen Vielleicht hat er traumatische Erfahrungen gemacht, die ihn verletzt und unbrauchbar gemacht haben Denn oft nehmen wir an, dass unsere Vergangenheit uns formt und unser Leben bestimmt Aber was, wenn das nicht stimmt? Unsere heutige Sicht auf die menschliche Psyche ist stark geprägt vom Konzept des Traumas Wenn jemand Probleme hat, soziale Beziehungen aufzubauen oder sich in größeren Gruppen wohlzufühlen, nehmen wir an, dass dies auf traumatische Ereignisse in seiner Vergangenheit zurückzuführen ist Doch Kishimi und Koga argumentieren, dass wir immer die Freiheit haben, unser Leben zu ändern Ihre Perspektive basiert auf den Lehren von Alfred Adler, der eine alternative Sichtweise zur Freud'schen Theorie des Determinismus einbrachte Kein Trauma muss unser ganzes Leben beeinflussen Andernfalls würden alle, die als Kind misshandelt oder missbraucht wurden, später automatisch zu Außenseitern werden, was offensichtlich nicht der Fall ist Es muss also eine andere Erklärung geben Wenn jemand wie unser sensibler Einsiedler sich zurückzieht, könnte es sein, dass er einfach nichts mit der Welt zu tun haben möchte Also entwickelt er Symptome einer Angststörung, um seine Isolation zu legitimieren und gleichzeitig die Aufmerksamkeit zu erhalten, nach der er sich sehnt Mit dieser Erklärung ist der Weg in die Welt nicht durch ein unveränderliches Schicksal versperrt Er hat die Wahl, bewusst oder unbewusst, sich zurückzuziehen Das bedeutet, dass er jederzeit frei ist, sein Verhalten zu ändern Menschen tendieren dazu, sich an einen bestimmten Lebensstil zu gewöhnen, den sie nur ungern ändern Wir alle haben Optimisten und Pessimisten im Leben kennengelernt Oft betrachten wir ihre Grundhaltung als wesentlichen Bestandteil ihrer Persönlichkeit Johannes ist ein Optimist, Viola eine Pessimistin Auch die traditionelle Psychologie betrachtet die Neigung zu fröhlich-optimistischen oder schwermütig-depressiven Gemütszuständen als Ausdruck der individuellen Persönlichkeit Doch dieser Ansicht widersprach Alfred Adler Alfred Adler bezeichnete das, was wir üblicherweise als Charakter oder Persönlichkeit bezeichnen, als Lebensstil Dabei stellt er sich gegen die Vorstellung von Vorherbestimmung und betont die Veränderbarkeit Ein Lebensstil wird erworben und eingeübt Das bedeutet jedoch auch, dass man ihn durch bewusste Entscheidungen ändern kann Nach dieser Vorstellung wird die Stimmung eines Menschen nicht durch eine feste innere Veranlagung bestimmt, sondern ist das Ergebnis einer erlernten Sichtweise auf die Welt Wer es sich angewöhnt hat, besonders auf das Negative zu achten, neigt zu einem pessimistischen Gemüt Diese Gewohnheit muss jedoch nicht zwangsläufig sein Wesen definieren Sie kann aufgebrochen, abgelegt und verändert werden Adler zufolge kristallisieren sich die Kindheitserfahrungen der meisten Menschen im Alter von etwa 10 Jahren zu einem Lebensstil aus Ab diesem Zeitpunkt gewöhnen sie sich so sehr an diese Sichtweise, dass es später sehr schwer fällt, sie zu hinterfragen Wie oft trifft man auf Menschen, die sich ständig beklagen? Für sie ist immer etwas schlecht oder ungerecht Und obwohl sie ihr Leben eigentlich anders gestalten möchten, unternehmen sie keine Schritte in diese Richtung In Wirklichkeit jedoch wollen sie keine Veränderung Sonst hätten sie längst gehandelt Tatsächlich haben sie sich in ihrer Lebenssituation eingerichtet Trotz der Unzufriedenheit mit ihrem Leben fühlen sie sich in dieser Komfortzone sicher Veränderungen erfordern Mut Man muss sich der Ungewissheit stellen, Fehler riskieren und Enttäuschungen in Kauf nehmen Die Komfortzone mag unbequem sein, aber sie ist nicht bedrohlich Deshalb halten die meisten Menschen ängstlich an ihrem etablierten Lebensstil fest Stell dir vor, jemand ist seit Jahren unglücklich Single, kann sich jedoch nicht dazu überwinden, aktiv auszugehen und neue Leute kennenzulernen Er leidet und jammert, ändert aber nichts Er hat sich an die Einsamkeit gewöhnt, denn hier fühlt er sich sicher Hier kann er weder scheitern noch verletzt werden Das Ringen mit den eigenen Unvollkommenheiten kann eine Taktik sein, um sich vor Enttäuschungen zu schützen Viele Menschen führen ihre Unzufriedenheit auf ihre offenkundigen Makel zurück Sie sagen sich, ich bin unglücklich, weil ich zu dick bin, nicht schlau genug oder zu unsicher Sie machen ihre Unvollkommenheiten zu einem übermächtigen Hindernis, von dessen Überwindung ihr Lebensglück abhängt Dabei liegt das eigentliche Problem woanders Der Autor Fumitake Koga sprach zum Beispiel mit einem seiner Studenten, der offen zugab, unglücklich und unzufrieden mit sich zu sein Als Koga ihn nach dem Grund fragte, verwies er auf eine lange Liste an Unzulänglichkeiten Er sei von Natur aus pessimistisch und misstrauisch und verhalte sich daher in Gegenwart anderer Menschen unnatürlich und verkrampft Der Student war überzeugt, dass seine Makel der Auslöser für sein gestörtes Selbstbild waren Er dachte, er müsse hier ansetzen, zum Beispiel indem er lernte, selbstsicherer aufzutreten, um sich selbst wieder zu mögen Koga hingegen wusste, dass das nicht ausreichen würde Der Student gestand, dass es ihm schwer fiel, über seine Gefühle zu sprechen Tatsächlich machte es alles nur noch schlimmer Er konnte nachvollziehen, warum niemand mit jemandem befreundet sein wollte, der so kompliziert und offensichtlich kaputt war wie er Koga wies ihn darauf hin, dass der Ursprung seines Unglücks möglicherweise woanders liege Vielleicht konzentrierte er sich nur so sehr auf seine Defizite, weil er einen Grund brauchte, um sich von der Welt abzuschotten In Wirklichkeit hatte er einfach Angst, verletzt zu werden Er war nicht unglücklich, weil er sich wegen seiner Makel hasste Er war unglücklich, weil er sich vor Ablehnung und Zurückweisung fürchtete und seine Makel als Ausrede benutzte Das trifft tatsächlich auf viele Menschen zu Sie wirken distanziert und arrogant nach außen, weil sie sich aus Angst vor Verletzungen in sich selbst zurückziehen Doch Verletzungen sind Teil des Lebens Nichts und niemand kann dich davor schützen Zurückweisungen gehören genauso zum Leben wie Liebe und das Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit Solche unbewussten Strategien sind kontraproduktiv Sie hindern die Betroffenen daran, sämtliche Aspekte eines erfüllten Lebens zu erfahren Eine wettbewerbsorientierte Lebenshaltung führt zu Stress und Unzufriedenheit Du hast sicherlich schon von Ost-Algi gehört Viele Menschen behaupten, sie waren in der DDR glücklicher als im späteren Kapitalismus, trotz aller Menschenrechtsverletzungen Als Grund geben sie oft an, dass die Gesellschaft damals viel weniger von Konkurrenz geprägt war und Ellenbogenmentalität seltener war Vielleicht haben sie damit einen wunden Punkt getroffen Heutzutage basiert der Kapitalismus in seiner aktuellen Form auf Wettbewerb und Konkurrenz Eine allzu starke Wettbewerbsmentalität kann jedoch langfristig nur zu Unglück und Krankheit führen Das Hauptproblem liegt im grundlegenden Charakter des Kapitalismus In einem Wettbewerb gibt es nur Gewinner und Verlierer, nichts dazwischen Aber wer möchte schon verlieren? Wenn das Leben zum Wettbewerb wird, werden automatisch unsere Mitmenschen zu Konkurrenten, Gegenspielern, die uns den Sieg streitig machen können Ein Leben im ständigen Wettstreit kann nur stressig sein, für alle, Gewinner wie Verlierer gleichermaßen Verlierer fühlen sich minderwertig und unzureichend Aber auch Gewinner haben es nicht besser, denn sie stehen unter dem Druck, weiterhin erfolgreich zu sein, um nicht selbst zu Verlierern zu werden Je länger die Siegesserie anhält, desto größer und unangenehmer wird dieser Druck Das ist der Grund, warum viele erfolgreiche Menschen im Grunde ihres Herzens unglücklich sind Um glücklich zu sein, musst du diese wettbewerbsorientierten Denkmuster durchbrechen Sicher, du wirst immer wieder auf Situationen stoßen, in denen jemand die Ellenbogen ausfährt Aber letztlich steht deinem Glück niemand im Weg Es gibt keinen Kampf zwischen dir und dem Rest der Welt Also befreie dich vom Konkurrenzdenken Das fängt bereits bei kleinen Dingen an Wir neigen beispielsweise dazu, uns über unser Aussehen Gedanken zu machen Wir machen uns permanent Sorgen darüber, was andere denken könnten, über unsere Frisur, unsere Kleidung, unseren Stil, unser Auftreten Das kann dazu führen, dass wir uns beobachtet fühlen Da! Der Blick! Ich wusste doch, dass die Sachen nicht zusammenpassen Dabei ist das größtenteils Unsinn Die meiste Zeit interessiert es niemanden, wie du aussiehst Oder schaust du jeden Menschen, dem du auf der Straße oder in der U-Bahn begegnest, kritisch an? Die meisten Leute sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt Sobald du dir bewusst machst, dass es anderen egal ist, was du tust, bist du frei Es mag simpel klingen, aber genau so ist es Du kannst tun und lassen, was du willst Niemand sollte sein Leben danach ausrichten, Anerkennung und den Erwartungen anderer gerecht zu werden Es kommt sicherlich häufig vor, dass Menschen aus Angst, selbst ausgegrenzt zu werden, sich am Mobbing eines Außenseiters beteiligen Solche Situationen sind allgegenwärtig und zeigen, wie schnell wir uns anpassen, um die Anerkennung anderer zu erhalten Dies ist nur einer der vielen Gründe, warum es unklug ist, sein Leben nach der Anerkennung anderer auszurichten Stell dir vor, jemand hat es sich zur Gewohnheit gemacht, für Ordnung am Arbeitsplatz zu sorgen Er spült für andere ab, entsorgt den Müll, kümmert sich um die Blumen und so weiter Doch niemand scheint seine Bemühungen zu würdigen Niemand lobt ihn für sein Engagement Was denkst du, wird passieren? Die meisten Menschen würden früher oder später aufhören, sich für die Gemeinschaft einzusetzen Warum sich bemühen, wenn dafür keine Anerkennung winkt? Dieses Denkmuster wird uns von Kindesbeinen an eingetrichtert, Zuckerbrot und Peitsche Wenn du etwas gut machst, wirst du belohnt Wenn du Fehler machst, wirst du bestraft Welch traurige Lebensphilosophie Sie verhindert, dass wir Dinge aus eigener Motivation tun, einfach weil wir es wollen und es uns glücklich macht, ohne Aussicht auf Belohnung oder Furcht vor Strafe Wer ständig nach Anerkennung strebt, riskiert, sein Leben den Erwartungen anderer anzupassen Vielleicht erinnerst du dich auch an Eltern, die ihre Kinder drängen, bestimmte Lebensentscheidungen zu treffen Wir hoffen, du übernimmst die Firma eines Tages, lautet das Motto Dieser Druck kann die Wahl des Studiums, des Berufs, des Wohnorts und sogar des Lebenspartners beeinflussen Wer dem nachgibt, läuft Gefahr, ein fremdbestimmtes und unerfülltes Leben zu führen Er versäumt es, seinen eigenen Träumen nachzugehen und seine Leidenschaften und Talente zu entfalten Wie kannst du dem entgegenwirken? Sei bereit, die Erwartungen anderer zu enttäuschen, auch die deiner Familie Nur so kannst du frei deine eigenen Entscheidungen treffen Wenn du lieber für Ordnung sorgst, anstatt Herzen zu operieren, dann stehe dazu und verfolge möglicherweise eine Karriere im Bereich der Abfallentsorgung, auch wenn andere darüber die Nase rümpfen Wir müssen akzeptieren, dass die Menschen, die wir lieben, ihr eigenes Leben leben dürfen Wenn Kinder anfangen, in der Schule nachzulassen und plötzlich schlechte Noten nach Hause bringen, reagieren die meisten Eltern auf die gleiche Weise, sie mahnen und kritisieren ihr Kind Sie versuchen, es an die Bedeutung guter Noten zu erinnern, es zur Disziplin beim Lernen zu drängen und notfalls durch Androhung von Strafen auf Kurs zu bringen Doch nichts davon hilft den Kindern wirklich Kinder müssen lernen, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen Wenn wir sie zum Fleiß zwingen, wird das Lernen zu einer Pflicht Das Kind büffelt dann, um Strafen zu vermeiden und Anerkennung zu erlangen Aber es lernt nicht, aus eigenem Antrieb und echtem Interesse heraus Wenn wir uns in das Leben eines anderen Menschen einmischen, verfolgen wir im Grunde unsere eigenen Ziele Wir kontrollieren ihr Verhalten, anstatt ihre wahren Interessen zu unterstützen Viele Eltern, die ihre Kinder zu guten Schulnoten drängen, machen sich eigentlich Sorgen um ihr eigenes Ansehen als Eltern und die Meinung anderer Sie möchten gut dastehen und ihren Nachwuchs genauso stolz präsentieren können wie andere Eltern Sie führen ihren eigenen Film Und selbst wenn sie sich um den Zugang zu bestimmten Berufswegen sorgen, wer sagt denn, dass das Kind diese Wege gehen möchte? Lassen wir unsere Kinder ihre eigenen Entscheidungen treffen Es ist ihr Leben, nicht unseres Unsere Aufgabe besteht darin, sie bedingungslos zu lieben und immer dann für sie da zu sein, wenn sie uns brauchen Nicht mehr Kinder, die diese Unterstützung erfahren, gehen selbstständiger, reifer und wissbegieriger in die Welt hinaus Es mag für manche schwer sein, sich zurückzuhalten Es erfordert ein radikales Umdenken Oft betrachten wir wichtige Menschen in unserem Leben als Erweiterung von uns selbst Deshalb möchten wir unsere Kinder in eine Richtung drängen, die wir für richtig halten Deshalb glauben wir, dass wir unserem momentan arbeitslosen Lebenspartner mit einem straffen 10-Punkte-Plan bei der Arbeitssuche helfen müssen Doch wir müssen erkennen, dass wir nicht in seiner Haut stecken Wenn du jemanden wirklich unterstützen möchtest, versuche nicht, die Person zu kontrollieren Versuche stattdessen, sie bedingungslos zu lieben, mit all ihren Unvollkommenheiten Wir sind alle Teil der großen kosmischen Schöpfung und sollten uns selbst nicht zu wichtig nehmen In den wettbewerbsorientierten Gesellschaften der Welt breitet sich eine neue Besorgnis aus, die Angst vor Einsamkeit Immer mehr Menschen fühlen sich verlassen und von der restlichen Welt abgeschnitten Doch diesem Zeitgeistphänomen können wir eine adlersche Perspektive entgegensetzen In jedem Augenblick und unweigerlich sind wir Teil eines größeren Ganzen Es ist klar, dass wir als soziale Wesen stets Mitglieder einer umfassenderen Ordnung sind Sei es einer Familie, eines Freundeskreises oder einer Gesellschaft Für Adler besteht diese Gemeinschaft jedoch nicht ausschließlich aus Menschen Nach seiner Auffassung sind wir alle Teil der großen kosmischen Schöpfung Diese Gemeinschaft umfasst alles im Universum, von Menschen über Pflanzen und Tiere bis hin zu anderen Planeten Erst wenn wir ein Bewusstsein für diese allumfassende Verbundenheit entwickeln, werden wir wirklich erfüllt sein Ja, das Universum ist unendlich Den größten Teil davon wird unsere Spezies niemals sehen Dennoch hat die gesamte Schöpfung einen gemeinsamen Ursprung Alles, von den winzigsten Mikroorganismen bis zu den entferntesten Galaxien, ist aus denselben Bausteinen entstanden Wenn wir uns dessen bewusst werden, gehen wir automatisch achtsamer und einfühlsamer durch das Leben Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass wir nur ein winziges Glied in der gigantischen Schöpfung sind Wir sind ein funkelnder Funke, aber niemals der Mittelpunkt des Universums Es ist natürlich, sich als Protagonist seines eigenen Lebens zu betrachten Doch viele Menschen ziehen daraus die falsche Schlussfolgerung und meinen, die ganze Welt drehe sich um sie Aus dieser Haltung heraus entsteht die unangenehme Gewohnheit, die Beziehungen zu anderen Menschen hauptsächlich nach ihren Nutzen zu bewerten Was bringt mir der Kontakt zu dieser Person? Was habe ich davon? Solche Menschen verhalten sich wie Prinzessinnen und Prinzen, die erwarten, bedient zu werden Das kann natürlich nur zu Frustration und Unzufriedenheit führen Wer sich hingegen als Teil der Schöpfung begreift, nimmt sich selbst nicht so wichtig und muss nicht mit der ständigen Enttäuschung überzogener Erwartungen leben Anstatt zu fragen, was die Welt einem geben kann, lautet die bessere Frage, was man selbst der Welt geben kann Selbstbesessenheit führt zu einer verzerrten Wahrnehmung und Störungen wie der Arbeitssucht Es gibt Menschen, die neun netten Personen begegnen und sich vom Zehnten auf den Schlips getreten fühlen Danach haben sie das Gefühl, die gesamte Welt habe sich gegen sie verschworen Wer sich selbst als Mittelpunkt der Welt betrachtet, tendiert dazu, sich ständig als Opfer zu sehen Dadurch wird die Wahrnehmung auf eine denkbar ungesunde Weise verzehrt Solche Menschen sind in ihrer subjektiven Wahrnehmung gefangen Sie fixieren sich stur auf die negativen Erlebnisse des Alltags, verbinden sie zu einer großen, düsteren Weltsicht und werden blind für all das Gute dazwischen Man kann daher mit Recht besorgt sein, wenn jemand Äußerungen tätigt wie, niemand liebt mich oder immer verliere ich Es ist gerechtfertigt zu behaupten, dass solche Menschen von Selbstbesessenheit geplagt sind Der Selbstbesessene ist sich oft nicht bewusst, dass er in einem gedanklichen Teufelskreis gefangen ist Stell dir jemanden vor, der beim Sprechen stottert Nach der Adlerschen Psychologie muss er zuerst seine Selbstbesessenheit überwinden, bevor er sein Stottern beheben kann Wahrscheinlich wurde er irgendwann von jemandem wegen seines Stotterns verspottet und hat seitdem das Gefühl, ständig beobachtet und ausgelacht zu werden Dieser psychische Stress verschlimmert das Stottern nur noch Der Stotternde sieht die vermeintliche Respektlosigkeit der Menschen als den Kern seines Problems an Er denkt, die Welt müsse ihn besser behandeln, damit er genesen könne In Wirklichkeit jedoch sind die meisten Menschen nett zu ihm Die überwältigende Mehrheit würde sich niemals über sein Stottern lustig machen Um das Stottern zu überwinden, müsste er anfangen, sich mehr für andere Menschen zu interessieren, anstatt sich ständig nur um sich selbst zu drehen Ein weiteres Symptom für Selbstbesessenheit ist die Arbeitssucht Überall auf der Welt werden immer mehr Menschen süchtig danach, sich durch unermüdlichen Fleiß Anerkennung und Respekt zu verdienen Dabei vernachlässigen sie jedoch all ihre anderen wichtigen Bedürfnisse im Leben, insbesondere die Zeit für Freunde, Familie und Erholung Wer glücklich sein will, muss also einige unbequeme Veränderungen in Kauf nehmen Er muss seine Komfortzone verlassen und eingeschliffene Denkmuster durchbrechen Das bedeutet jedoch, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, unser Leben und unsere Sichtweise auf die Welt grundlegend zu ändern Wir müssen nur den Mut haben, uns von den Meinungen und Erwartungen unserer Umgebung zu lösen Zusammenfassung Lass nicht zu, dass die Ereignisse der Vergangenheit und deine vermeintlichen Schwächen dein gesamtes Leben beeinflussen Verinnerliche, dass du nicht der Mittelpunkt des Universums bist Das Leben schuldet dir nichts und die meisten Menschen interessiert es nicht, wie du dein Leben führst Das bedeutet, dass du die Freiheit hast, zu tun und zu lassen, was du willst Sei also mutig und befreie dich von einschränkenden Denkmustern Übernimm die Verantwortung für dein eigenes Glück und lasse dich nicht von den Erwartungen anderer einschränken Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten Lebe im Hier und Jetzt Viele Menschen schieben ihr Glück in die Zukunft und denken Irgendwann werde ich ein berühmter Musiker sein und dann werde ich glücklich sein Aber das funktioniert nicht so Erfolg ist schwer vorhersehbar und Glück erst recht Es ist besser, es andersherum anzugehen Mache Musik, weil es dir Freude bereitet Genieße den Prozess des Komponierens und Übens und sei jetzt glücklich Wenn du irgendwann so gut wirst, dass du tatsächlich erfolgreich bist, umso besser